Hallihallo und Willkommen zu einer neuen Folge Skyfactory 2 In der letzten schönen Folge haben wir hier unsere super tolle Smelchery gebaut. Ich habe die schon mal ein bisschen offline benutzt um Eisen durchzuschmelzen. Wir haben jetzt 49 Eisen. Ansonsten hier in diesem Lava Tank ist wieder ein bisschen Lava drin. Die habe ich jetzt einfach mal rausgenommen und ich fülle das nochmal mit Koppel voll. Und was wollen wir heute machen? Heute will ich mich einerseits hier drum kümmern um die Tinkers Construct Sachen und andererseits will ich mich um die Energie kümmern, damit wir Energie bekommen. Ich habe jetzt erstmal was vor für Tinkers Construct. Und zwar möchte ich mir so ein Obsidian Longsword bauen, damit ich erstmal was zum Kämpfen habe. Und was macht man da am besten? Man nimmt sich Lava und man nimmt sich Wasser. Dann platziert man die Lava neben das Wasser. Dann wird es zu Obsidian. Man hat eine Dia-Spitzhacke. Dann kann man das Obsidian abbauen und hoffentlich in das Material einschmeißen. Ansonsten habe ich ein Problem und muss mir irgendwas anderes suchen. Mann, dauert das lange. Jetzt. Okay. Mal gucken. Geht das? Ja, das funktioniert. Okay, das heißt, ich muss jetzt so warten, bis das andere, ähm, bis hier wieder Lava da gewachsen ist. Und dann kann ich mir so ein cooles Dings machen. Und in der Zwischenzeit will ich jetzt schon mal so mit den Patterns was bauen, damit ich das Schwert bekommen kann. Also, ich gucke mal, was brauche ich für das Longsword, für Schablonen. Ich brauche... Ähm, das Dings brauche ich für das Longsword. Ähm, eine Schwertklinge brauche ich, glaube ich, für das Longsword. Und, ähm, ich muss nochmal gucken. Genau, so eine Schwertklinge und, äh, einen Waffengriff. Äh, Toolrod, genau. Ähm, 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 ist das nicht das Richtige? Ja, ich denke schon. Und jetzt muss ich mir aus Stein am besten die ganzen Teile zusammenstanzen. Also hier rein, Blade raus, dann Toolrod rein. Und, äh, da habe ich gerade zwei Crafted missen. Okay. Kann raus, das kann wieder hier drüben rein. Und jetzt gieße ich mir das schon mal in Gold. Genau, also hier Gold auswählen. Rechtsklick, dann wird das Teil in Gold gegossen. Und dann habe ich hier schon eine schöne Gold-Dings. Genau. Und ich hole mir mal noch schnell eine Kiste. Habe ich überhaupt noch genügend Holz dafür? Ich muss mal wieder Bäume abfahnen. So. Hier eine Kiste. Ähm, stelle ich mal nach hier. Da haben wir jetzt dieses coole Teil. Das kann, äh, gefühlt alles. Dann hier so eine Toolrod. Die eine kann ich hier wieder rein tun. Obwohl, nee, warte, ich warte. So. Genau. Und jetzt das Blade. Perfekt. Damit haben wir jetzt schon praktisch alle Zutaten für unser cooles Schwert. Ich überlege nur. Ach komm, ich mache einfach alles ganz langweilig. Normal. Ähm, aus Obsidieren. Shift 5, genau. Ein Obsidian kann ich mir wieder machen. Oh, ich muss aufpassen, dass ich keine Fackeln wegspüle. Das wäre dramatisch. Okay, wieder ein Obsidian mehr. Rein damit. Und wir haben jetzt schon zwei Obsidian. Vielleicht reicht das sogar schon. Weißt du, dieses Ding, das kann weg. Das braucht eh niemand mehr. Ähm, wir gießen uns schon mal die Blade aus dem geschmolzenen Obsidian. Ja, das ist ganz unten. Rechtsklick drauf. Und jetzt schmilzt das Teil das schon total cool rein. Und es sieht jetzt schon mega geil aus. Ähm, das hier. Rechtsklick. Auch fest. Und ich weiß, man kann das bestimmt noch cooler gestalten mit Papier und sowas. Aber Papier habe ich eh noch nicht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir das Teil nur noch zusammen craften. Und dann haben wir unser super geiles Longsword. Yes. Wir haben jetzt ein Re-Inforged 3 Obsidian Longsword. Guckt euch das an. Es hat 6 Attack Damage. Wie viel Hardback? 101. Okay. Und jetzt sind hier schon super viele Monster, die nur darauf warten, dass ich sie töten kann. Oh, ein Problem sehe ich gerade. Ähm. Ich brauche ja Obsidian, um das zu reparieren. Lol. Ich habe halt jetzt schon super viel mit dem Dings gelevelt. Das ist halt jetzt schon die Hälfte oder sowas. Ja, schon mehr als die Hälfte an XPs, die es braucht, um sich zu leveln. Ich hoffe, ich bekomme Schärfe drauf oder sowas. Das wäre geil. Hier liegt ja ein Lootback. Die Lootbacks, die sind schlimm. Da ist nur Crab drin, oder viel Crab drin. Und trotzdem will man sie öffnen. Oh, Enderback. Oh, und Obsidian. Okay, ich nehme alles über Crab zurück. Ich habe Obsidian bekommen. Oh, mein Schwert zu reparieren. Okay, jetzt sind die Monsters mal wieder ein bisschen weg. Ich habe 852 XPs mit dem Schwert gemacht. Das ist so OP. Ähm, Melitior Sands tue ich jetzt mal hier rein. Rein. Rein, 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 rein. Oh, ich habe noch wohl ein Lootback bekommen. Ein Ankamen Lootback. Die sind immer gut. Redstone und Strings. Ja, okay. Die Strings nehme ich mit und kompostiere sie. Ansonsten, ich glaube, ich habe auch ein Eisen bekommen. Oh, ein Redstone. Ähm, ich gehe hier zurück. Das finde ich einem Schwert total cool. Ich kann einfach drüber springen. Ähm, und jetzt kompostiere ich das Zeug hier mal. Genau, und danach kümmere ich mich jetzt gleich sofort um die Energie. Ähm, genau. Jetzt zur coolen Energie. Was habe ich vor? Ich möchte, oder ich will, ein riesengroßes Feld mit Lava-Generatoren bauen. Das heißt, ich werde mir ganz viele von diesen Lava-Crucibles in eine Reihe bauen. Und dann so ein bisschen alle gleichzeitig befüllen. Und ich hoffe, das wird cool. Ähm, zuerst muss ich jetzt mal ein bisschen Zeug durchschmelzen. Das wird dann weniger spannend. Ich werde dann nebenbei noch Gravel sieben, damit ich mehr Kohle bekomme. Aber erstmal mache ich mir so acht Öfen, die ich jetzt hier drüben platziere, die mir das dann durchschmelzen. Ähm, genau. Also. Hier rein, rein. Rein, rein. Rein, rein. Rein und. Rein. Gut. Ich siebe jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen Kies durch, damit wir neue Materialien bekommen. Äh, ansonsten, naja, wird es ein bisschen eng mit der Kohle. Sind hier noch Hammeres? Ja, einer ist hier noch. Gut. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich fertig bin oder weitergemacht habe. Gut, ich habe jetzt hier mal ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen, ähm, Stein durchgebraten. Damit kann ich dann die Plattform, äh, weiteren. Ähm, hier, genau. Und ich habe jetzt hier Dust. Sehr viel Dust für sehr viel Clay. Oh nein, sag nicht, dass da teilweise welche noch nicht ganz voll sind. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Was sind das für Chunks? Ich habe irgendeine Taste gedrückt und weiß nicht mehr, wie ich das wegkriege. F7? Nee. Äh, okay. Tja, kein Plan. Ähm, dann habe ich hier wieder ein paar Teile. Und dann bauen wir uns unsere schönen Crucial Bits. Genau. Ähm, hier kann ich jetzt hier alles schön wunderbar platzieren. Äh, Weinmann. Ah, so geht das. Okay. Und jetzt habe ich hier schon schöne Knochen im Inventar. Damit können wir uns dann die nächste Zutat machen vom, ähm, Clou. Clou Shibble, hier. Genau. Ähm, und zwar dieses hier. Äh, ich nehme einfach mal das ganze Knochen hier so. Ein Stack davon. Das da. Okay, den Rest, der ist jetzt halt so ein bisschen übrig. Und dann muss ich mir jetzt hier draus die Clou Shibbles craften und die dann im Ofen verbrennen. 13 Stück haben wir. Okay, das ist jetzt noch nicht so doll viel. Es muss unbedingt dann mal regnen. Damit ich mehr bekomme. Ähm, das tue ich hier erstmal ein. Und jetzt in den Ofen habe ich noch irgendwo Kohle. Äh, hier vielleicht nicht. Na, prima. Hier irgendwo noch was. Ne, oh lol, das ist ein Stein. Okay, dann muss ich mir jetzt erst nochmal Kohle besorgen. Oder habe ich Holz? Ja, komm, ich brenne das schnell mit Holz durch. Äh, hier drüben kann ich jetzt in der Zwischenzeit schon mal beginnen, äh, weiterzubauen. Und dabei muss ich jetzt beachten, dass ich hier, ähm, naja, ich muss auch beachten, dass es nicht zu dunkel wird, wie hier. Generell fehlt es mir irgendwie gerade an Kohle. Ähm, aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Auf jeden Fall. Oh, oh, riesen Sicherheitsrisiko. Ähm, äh, was soll ich jetzt? Was soll ich tun, was soll ich tun? Ah, Panik. Äh, ähm, ja. Okay, dann baue ich erstmal hier weiter. Und zwar muss ich jetzt hier erstmal einen Block nach unten. Das ist ziemlich riskant, so. Und muss ich halt so runterschwimmen. Und aufpassen, dass ich dabei nicht sterbe. Dann habe ich das Ganze schon geschafft. Voll riskant nicht. Gut. Dann habe ich das hier geschafft. Ähm, einen Block runter. Wofür das ist, seht ihr gleich. Zeige ich euch dann. Aber jetzt baue ich erstmal hier diese Reihe. Sagen wir mal ein bisschen, weil hier, äh, kommt der eine Block geht jetzt auch noch. Genau. Jetzt hier drüben lang. Und ich habe Angst, dass da Monsters bohren. Ich brauche unbedingt Kohle. Äh, Ofen, was sagst du? Okay. Ähm, ich mache es mal so hier. Damit ich ein bisschen, äh, Holzkohle bekomme. Ich habe echt Angst, dass hier irgendwas bohnt und mich runterschmeißt oder sowas. So, sehr schön. In der Zwischenzeit kann ich schon nochmal mir ein paar Transfer, äh, Dings machen. Wie hieß die? Transfer No oder Transfer Pie. Wo habe ich die? Wo sind die Teile hin? Hallo? Oh, es brennt. Okay, das ist gefährlich. Ähm, Harry Ansatz, wo habe ich die Transfer Teile hingetan? Äh, gucke ich einfach mal. Ähm, Transfer. Transfer, so, Transfer Node, okay. Ähm, mit Enderperle, genau. Okay, gut, das ist fertig. Das heißt, hier die restlichen Küche, Bits, können da jetzt auch mal hin. Dann Fackeln. Ein paar nochmal, 20 Stück, genau. Und die platziere ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen hin, überall, wo es dunkel wird. Nach da. Genau, passt perfekt. Und jetzt habe ich hier schon einen Lava-Eimer. Und der Lava-Eimer kommt nach hier. Fragt euch vielleicht, warum. Ähm, die Crew Shibbles, die haben auch, ich glaube, ich habe es einen Block zu weit links platziert. Ja. Ähm, die Crew Shibbles haben so eine gewisse Schmelztemperatur. Äh, ab wann, die etwas zu Lava schmelzen. Und die kann man erhöhen, indem man Lava drunter platziert. Mit Fackeln, äh, mit. Ja, doch, mit Fackeln geht es nicht so schnell. Ich habe hier noch Molten Obsidian drin. Lol. Okay. Dann kann ich mir noch so eine, irgendeine andere Poolwaffe damit machen. Ja. So, bis dahin ist das jetzt geflossen. Das heißt, ich hole mir jetzt schon mal die restlichen Crew Shibbles hier raus. Und jetzt platziere ich die bereits hier hin. Ähm, das habe ich richtig gut auf der richtigen Seite gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Oh, da kann man spawnen. Böse. Genau. Hier den Cobblestone kann ich abbauen. Perfekt. Das heißt, ein paar Crew Shibbles fehlen noch. Aber wir haben schon mal etliche. Und mir geht mein Essen langsam aus. Ich brauche nochmal so ein Fleischloot weg. Habe ich hier noch irgendwo Fleisch rumliegen? Hier ist noch rohes Fleisch. Ähm, ah ja, okay, damit wäre das dann auch erledigt. Einfach mal rein damit und dann habe ich erstmal wieder ein bisschen was. Okay, ich würde sagen, an dieser Folge, an dieser Folge beende ich die Stelle. Ja, hm. Ja, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ähm, in der nächsten Folge bauen wir das dann so, dass die automatische Cobble eingefüllt wird und so weiter. Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dennne. Ciao, ciao.